Was ist das Produkt Safe Hair? Das Produkt Safe Hair ist seit fünf Jahren erfolgsbewehrt in den USA, von Medizinern und Ärzten angewandt und getestet und wird von mir jetzt exklusiv in Deutschland angeboten. Der Vorteil dieses Produktes, es ist einmalig in Deutschland. Sie haben einen riesigen Markt, Leute mit Problemen Haarausfall und können somit sehr viele Kunden erreichen mit einer risikolosen, nebenwirkungsfreien Methode, damit der Haarausfall gestoppt wird und die Haare wieder wachsen. Für den Kunden ist es sehr wesentlich, dass er eine Behandlungsmethode bekommt, die keine Nebenwirkungen bedeutet. Sehr viele Menschen leiden unter dem Haarausfall. Sie nehmen Pillen wie Propecia oder andere Chemie. Das sind Behandlungsmethoden, die horrende Nebenwirkungen haben. Wir mit Safe Hair arbeiten nicht gegen die Natur, mit der Natur und somit nebenwirkungsfrei und vollkommen risikolos. Dem Kunden wachsen Haare ohne Einschränkungen für seine Gesundheit. Hier gibt es mehrere Gründe. Ein Grund ist sicherlich die relativ begrenzte Investitionshöhe, somit also ein begrenztes Risiko. Der zweite Punkt, ein absolutes Alleinstellungsmerkmal derzeit. Man hat keinen Mitbewerber. Man hat somit sowohl von der Preisfindung als auch von der Markenpositionierung sehr schnell eine Top-Position. Die dritte Position, es ist sehr einfach in der Anwendung, weil der Low-Level Laser dieses System fast alles selbst macht. Wenn man kontaktfreudig ist, gerne mit Menschen zu tun hat, ist das die beste Grundlage, um mit diesem Produkt Erfolg zu haben. Wir haben Safe Hair in der Testphase in Deutschland seit jetzt genau acht Monaten. Ich habe selbst seit Januar in München ein Studio und meine Kundin in Regensburg betreibt Safe Hair seit März. Sie hat in sechs Wochen das Sechs-Monats-Umsatzziel erreicht. Das bestätigt unsere Theorie. Das Produkt ist interessant im Markt. Man sucht so eine Lösung, damit die Haare wieder wachsen und die Gewinnchancen mit dieser Idee sind höher wie erwartet. Interessant ist es für jeden, der eine selbstständige Tätigkeit sucht. Interessant ist es für die Leute, die gerne mit Menschen zu tun haben und die vielleicht auch etwas mehr erreichen wollen wie in der normalen Arbeitnehmertätigkeit. Unsere Ausbildung, unser Training ist so umfangreich, dass normalerweise in einer Ein-Wochen-Lernphase die Umsetzung mit diesem Produkt möglich ist, dass man einen erfolgreichen Franchise-Nehmer werden kann. Wenden Sie sich bitte auf die Website www.safehair.de oder an die Zentrale in München.